Das Postumzug Chaos geht weiter, heute sprechen wir über Spider-Man Far From Home, eine Art kleines Warm-up, kurzes Wowie zu Quentin Beck und in Elementals, danach noch ein paar kleine Hoffnungen und Ängste. Los geht's! Quentin Beck hatten wir bereits mal in einem Video zu potenziellen Schurken im Spider-Man-Reboot verbaut. Er hatte bereits in jungen Jahren viel übrig für Filme und Special Effects, wurde von seinem Onkel gefördert, von seinem Vater quasi dafür verachtet. Quentin ging ans MIT und wurde so zu einem großartigen Special Effects Spezialisten und Stuntman. Er versuchte sich als Schauspieler, hatte aber da keinen echten Erfolg. In der Folgezeit erlebte er den Aufstieg von Spider-Man, was letztendlich dazu führte, dass er inspiriert von einem Freund, seine Fähigkeiten nutzen wollte, um in einem Kostüm als Schurke allgemein und als Gegner von Spider-Man aktiv zu werden. Er machte zu Beginn gemeinsame Sachen mit dem Tinkerer, kehrte kurz zu seinem alten Job nach Hollywood zurück und fand hier durch die Arbeit eines legendären Special Effects Artists seinen Namen, Il Mysterio. Er kehrte danach nach New York zurück und versuchte, seine Rache an Spidey zu bekommen. Er schloss sich den Sinister Six an, probierte zahlreiche Sachen, um Spidey zu besiegen, doch bedingt durch all die Niederlagen, die er erfuhr, wurde er immer depressiver und verzweifelter an der ganzen Nummer. Die bitteren Niederlagen gingen aber weiter, bis er dann auch noch von Daredevil bezogen wurde. Daraufhin wurde er mit Lungenkrebs und einem Gehirntumor diagnostiziert, die Resultate seiner Special Effects Chemikalien seien. Er wurde nicht mehr als Gefahr gehandelt und für seine kurze Restzeit freigelassen. Doch Mysterio wollte noch eine große Show und suchte sich dafür ein neues Ziel, einen Helden aus der vermeintlichen zweiten Reihe, Daredevil. Mit einem sehr intensiven Plan wollte er Matt dazu pushen, ihn umzubringen, doch dieser konnte am Ende des Tages der Versuchung widerstehen. Weil dieser Plan also auch nicht funktionierte und Mysterio nicht einmal von seinem Gegner umgebracht wurde in diesem Fall, beschloss er sich einfach selbst zu töten, wo er dann vom Pitiful One im Afterlife für Aktivitäten gegen Doctor Strange rekrutiert wurde. Er kam hiervon komplett zurück, tötete Fisk, wurde temporär der neue Kingpin of Crime in New York, bekam seine Finger an den Zodiac Key, bis Iron Man und Spider-Man ihn stoppen konnten. Er schloss sich erneut den Sinister Six an und fand später einen Weg, um in die Realität 1610 zu wechseln und erlebte daraufhin einen Kampf gegen Peter, Parker und Miles Morales. Nachdem er aus dem Ultimate Universe wieder zurückkam, versuchte er erneut, Rache an Peter zu nehmen und wollte seine Seele sogar in eine Zwischenwelt schicken, doch wurde er da von Deadpool gestoppt und schwer verletzt. Nach einem kurzen Ruhestand und dem Aufstieg seiner Roboter-Tochter Misty kam er nochmal zurück, scheiterte er aber erneut und wurde am Ende vom Dämon Kindred heimgesucht und getötet. Beck war ein VFX-Künstler, Ingenieur, Chemiker, Stratege und kein guter Schauspieler. Außerdem besaß er grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit Psychologie und Hypnose. Die Elementals waren im Original eine Gruppe mächtiger Personen aus einer anderen Realität, die die Elemente bändigen konnten. Sie kamen vor Ewigkeiten auf die Erde und hatten lange ihr eigenes Königreich, bis sie versuchten, andere Regionen zu erobern. Sie wurden mithilfe des Ruby-Scarabeos ihrer Kräfte beraubt und in andere Universen verbannt. Sie kehrten später zurück, wollten diese Waffe für eigene Zwecke stehlen, wurden aber am Ende von Sapphire verraten und wieder verbannt. Der restliche Haufen kehrte später nochmal zurück, um Rache an Sapphire zu bekommen. Hier wurden sie aber von Miss Marvel besiegt. Die Mitglieder hießen Hellfire, Hydron, Magnum und Sapphire, die entsprechend Feuer, Wasser, Erde und Luft manipulieren konnten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie hier in diese Richtung gehen. Stattdessen glaube ich weiterhin, dass sie diese vier Figuren durch MCU-Varianten von Molten Man, Hydro Man, Sand Man und Whirlwind ersetzen, beziehungsweise Hybrid-Fassungen davon erschaffen haben. In diese Figuren nun einzutauchen scheint aber auch falsch, denn ich bleibe dabei. Ich glaube nicht, dass diese Wesen Comic-gerecht Personen in sich haben werden, sondern von Mysterio erschaffen wurden. Daher werde ich euch Hydro Man & Co. heute nicht genauer vorstellen. Sollte ich hier falsch liegen und da dürft ihr mich gerne darauf festnageln, werde ich euch im Nachhinein eine volle Folge zu diesen Figuren liefern. Versprochen. Kommen wir noch zu meinen Gedanken vor Filmstadt. Angst 1 ist, dass sie sich zu sehr auf Iron Man konzentrieren könnten. Klingt lustig, wenn man bedenkt, wie Iron Man fixiert ich normalerweise bin, aber das Spider-Man-Franchise muss selbstständig bleiben, um langfristig unabhängig zu funktionieren. Was in Infinity War und Endgame aufgesetzt und in den Trailern zu Far From Home angeteast wurde, wirkt sehr Tony Stark-orientiert. Es wirkt teilweise fast so, als versuche man Spidey in die Stark-Welt als neues Gesicht reinzudrücken. Das wäre wie gesagt für den Spidey-Franchise kontraproduktiv und bringt Tony auch nicht wieder zurück von den Toten. Hoffnung Nummer 1 ist aber, dass Tony Stark durch Spider-Man weiterlebt. Aber nicht wie eben beschrieben, sondern hiermit ist gemeint, dass man fühlt, wie sein Leben, sein Denken, sein Wirken, sein Arbeiten in Spidey, in Hogan und in dieser neuen Teilwelt um Peter Parker weiterlebt. Unterschwellig, nicht dominant, nicht in einer Weise, dass man vergisst, man schaut gerade einen Spider-Man-Film. Wenn es eine Figur im MCU inzwischen gibt, die von Tony extrem emotional beeinflusst und auf einen gewissen Weg geschickt wurde, dann ist es Peter Parker und ich hoffe, dass man das auch spüren wird. Angst Nummer 2 ist, dass sie versuchen, Homecoming zu wiederholen. In Sachen Ton, in Sachen Style und auch in Sachen Volumen. Grundsätzlich ist das nicht schlecht, allerdings könnte hierdurch Far From Home durch Endgame als Vorfilm scheitern. Bedingt durch das Ausmaß, das wir inzwischen gewohnt sind und den emotionalen Höhepunkt der Spider-Man beinhaltete, könnte die allgemeine Grundhaltung zum MCU vor allem dann ein Problem für den neuen Film sein, wenn sie ihn nicht weiterentwickeln. Und genau das führt zu meiner zweiten Hoffnung, Reife und das nächste Level. Wenn sie nämlich alle bisherigen Ereignisse nehmen und Spidey dadurch Reife verleihen und es schaffen, den Teil-Franchise auch noch weiter auf seiner eigenen Linie voranzupuschen, dann schlummert hier ein vermeintlich riesiger Erfolg in jeder Hinsicht. Far From Home braucht in meinen Augen Reife und gerade die hat Peter durch Infinity War und Endgame zu 100% bereits dazubekommen. Wenn das nun im sehr wahrscheinlich Teenie-orientierten Film auch so rüberkommt und sie trotzdem den Charme vom ersten Teil irgendwie erhalten können, dann wird alles gut. Und meine letzte Angst ist etwas allgemeiner, der Verpuffungseffekt als Finale von Phase 3 nach Endgame. Es ist durchaus vorstellbar, dass unabhängig von Inhalt und Story der Film alleine durch die Positionierung im Line-Up von Phase 3 zügig an Momentum verlieren könnte. Wir kommen alle aus einem extremen Hoch heraus und werden nun zum Abschluss der Infinity-Saga mit einem erneut bodenständigen Film in Kontakt kommen, der das Ganze weitertragen soll. Ant-Man ist das damals ziemlich gut gelungen, weswegen sollte es bei Spider-Man anders sein, richtig? Grundsätzlich sehe ich das genauso. Allerdings sind die Maßstäbe von Age of Ultron zu Ant-Man weniger mit hohen Erwartungen verbunden als bei Infinity War Endgame zu Far From Home. Ich würde sagen, hier besteht die bei weitem größere Chance für den neuen Spider-Man-Film, nach diesen MCU-Highlights zu mickrig für zu viele Zuschauer rüberzukommen. Doch meine größte Hoffnung und eines der Hauptelemente, was gegen all meine Ängste quasi wirken kann, ist Mysterio. So wie Beck bisher angeteast wurde, spricht vieles dafür, dass er auf emotionaler Ebene uns aus Endgame-Indie-Spidey-Welt begleitet, zahlreiche Elemente von Tony Starks Mentorenrolle übernimmt und dass das Ganze uns dann um die Ohren fliegt. Wenn sie es schaffen, mit uns so zu spielen, dass wir uns wie Peter wieder sicher und etwas angenehmer fühlen und dann Quentin Beck zuschlägt und mit seinen Elementals und anderen Show-Effekten Peters Welt erneut zerstört, dann wird alles gut. Denn das wäre für Peters Entwicklung das finale Puzzlestück, meiner Meinung nach. Dadurch würde er die finale Reife, die finale Heldenreife, die Überzeugung, Motivation und Verbundenheit mit dem ursprünglichen Mentor Vollgas abbekommen und die Figur würde hierdurch sicher den nächsten wichtigen Schritt als neues, dominantes Gesicht des MCUs machen. Und das war es dann auch schon für heute. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Kaps out. Kaps out.